Musik Achtung Bürger dieser Welt, bitte schenken Sie uns kurz Ihre Aufmerksamkeit, in der Hoffnung Sie beachten unsere Warnung, Ihr Medium der Kommunikation, denn Sie alle so lieblieben, werden vernichtet. Wenn Sie ein Hackeraktivist sind oder nur ein Kerl der einfach das Recht auf Freiheit und der Informationen schützen will, dann springe Sie auf den Zug und töte. Fazebook, zum Wohle der eigenen Privatsphäre. Fazebook verkauft Informationen an staatliche Einrichtungen und geben heimlichen Zugriff auf Informationenbewachungsunternehmen, so können Sie Menschen aus der ganzen Welt ausspionieren. Einige dieser sogenannten WTH Infosec Firmen sind für autoritäre Regierungen, wie die von Ägypten und Syrien tätig. Alles was Sie tun auf Fazebook bleibt auf Fazebook unabhängig von Ihrer Privatsphäre, Einstellungen und auch das Löschen von Ihrem Konto ist unmöglich. Auch wenn Sie Ihr Konto löschen, bleiben all Ihre persönlichen Daten auf Fazebook und können jederzeit wiederhergestellt werden. Das Ändern der Privatsphäre Einstellungen, um Ihren Fazebook-Konto mehr in Privat einzustellen ist auch eine Täuschung. Fazebook weiß mehr über dich als deine Familie. Sie können nicht von der Realität unterscheiden, die Menschen die im Internet leben. Fazebook ist das Gegenteil von der Antisek-Bewegung. Sie sind nicht sicher vor Ihnen, noch von irgendeiner Regierung. Eines Tages wirst du zurückschauen auf diese Sache und realisieren, was wir getan haben. Ist richtig, Sie werden dem Herrscher des Internets danken, wir werden Sie nicht schädigen, aber wir werden Sie schützen. Die Ausschreitungen sind im Gange. Es ist nicht ein Kampf um die Zukunft der Privatsphäre und Öffentlichkeit. Es ist ein Kampf für die Wahl um informierte Zustimmung. Es ist unannehmbar, weil die Menschen vergewältigt werden, bekritzelte, belästigt und verwirrt um Dinge zu tun, wo sie die Folgen nicht verstehen. Fazebook sagt immer, es gibt den Anwender die Möglichkeiten zu wählen, aber das ist völlig falsch. Es gibt dem Benutzer die Illusion und verbirgt die Details weg von Ihnen, zu Ihrem eigenen Besten, während Sie Millionen machen mit ihr. Wenn ein Dienst kostenlos ist, bedeutet das Sie machen Geld mit Ihnen und Ihrer Informationen. Denken Sie eine Weile nach und bereiten Sie sich auf einen Tag vor, der in die Geschichte eingehen wird. Der 5. November 2011, Operation, Fazebook. Dies ist unsere Welt heute. Wir existieren ohne Nationalität, ohne religiöse Vorurteile. Wir haben das Recht, nicht überwacht, nicht gestalkt, und nicht für Profit verwendet zu werden. Wir haben das Recht, nicht als Sklaven leben zu müssen. Wir sind in Animas, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns.